Christian Bobo. Vieri ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler. Er zählte von 1997 bis 2003 mit 113 Toren in 140 Ligaspielen zu den besten Mittelstürmern der Welt. Er profitierte dabei vor allem von seiner physischen Durchsetzungsfähigkeit, seinem Stellungsspiel und seiner Torgefährlichkeit. Häufig wurde er allerdings durch seine starke Verletzungsanfälligkeit gebremst. Karriere. Nachdem Vieri in den 1970er Jahren mit seinen Eltern nach Australien ausgewandert war, begann er in der Jugend der Marconi Stahleins aus Sydney mit dem Fußballspielen. Dort war bereits sein Vater Roberto Vieri als Profi aktiv gewesen. Nachdem Christian Vieri die Prairie Wood High School im Westen von Sydney besucht hatte, kehrte er Ende der 1980er Jahre nach Italien zurück und unterschrieb einen Vertrag bei Torino Calzico. Nach einer Saison beim AC Prato spielte er von 1990 bis 1992 erneut für die Turiner. Kam in den beiden Endspielen des UEFA-Pokals 1991-92 gegen Ajax Amsterdam allerdings nicht zum Einsatz. 1997 holte er mit Juventus Turin die italienische Meisterschaft. Im gleichen Jahr verlor er mit dem Klub das Finale der UEFA Champions League gegen Borussia Dortmund. Obwohl Vieri nur eine Saison bei Atletico Madrid spielte, zählt er zu den Legenden des Vereins. Vor der Saison 1997-98 wechselte er für umgerechnet 15 Millionen Euro von Juve. Er erzielte in 24 Saisonspielen sensationelle 24 Tore. Mit dieser rekordverdächtigen Torquote von einem Tor pro Spiel wurde er während seines Jahres bei Atletico Madrid Torschützenkönig der Primera. Die Vision und konnte diesen Erfolg später in der italienischen Serie A 2002-03 mit 24 Toren in 23 Spielen wiederholen. Seine größten Erfolge als Vereinsspieler waren der Gewinn des letztmals ausgerichteten Europapokals, der Pokalsieger mit Lazio Rom im Jahre 1999 und Im selben Jahr der Gewinn des Europäischen Supercups. Danach schloss er sich Inter Mailand an, das für ihn die damalige Rekordablöse von umgerechnet 45 Millionen Euro bezahlte. Im Juli 2005 wechselte Christian Vieri ablösefrei zum Stadtrivalen AC Mailand. Nach nur einer halben Saison wurde er an den Asmanaco ausgeliehen und wechselte zur Saison 2006-07 wieder in die Heimat zu Sampdoria Genua. Dort blieb er jedoch nur einen Monat und wechselte im August 2006 schließlich zum Serie A-Neuling Atalanta Bergamo, wo er schon 1995 96. gespielt hatte. Im Juli 2007 unterschrieb Vieri einen Einjahresvertrag bei der ACF Florenz, wo er den abgewanderten Luca Toni ersetzen sollte. Aber auch dort konnte er nicht mehr an die starken Leistungen seiner Glanzzeit anknüpfen. In der Saison 2007-08 erzielte er in 26 Spielen sechs Tore und fungierte oftmals nur noch als ein Wechselspieler. Im Juni 2008 unterschrieb Vieri einen Vertrag bei Atalanta Bergamo. Dort wurde er jedoch wiederholt von den eigenen Fans ausgepfiffen, die es Vieri übel nahmen, dass er sich nach seinem Comeback bei Atalanta vor zwei Jahren zum ACF Florenz verabschiedet hatte. Im Oktober 2009 gab Vieri zunächst sein Karriereende bekannt, bevor er Ende Dezember 2010 einen Halbjahresvertrag bei Boa Vista Sport Club in Brasilien unterschrieb. Vieri spielte von 1997 bis 205 49 Mal für die italienische Fußballnationalmannschaft, wobei er 23 Tore erzielte. Er wäre auch für die australische Nationalmannschaft spielberechtigt gewesen, in der sein Bruder Massimiliano spielt. Vieri kam 2004 zu einer EM und 1998 sowie 2002 zu jeweils einer WM-Teilnahme. Bei den beiden Weltmeisterschaften konnte er trotz seiner Tore das Ausscheiden Italiens nicht verhindern. Die WM-Teilnahme 2006 blieb ihm aufgrund einer schweren Knieverletzung verwehrt. Erfolge, Titel Mit der Nationalmannschaft U21 Europameister 1994 Mit seinen Vereinen italienischer Meister 1996-97 Italienischer Superpokalsieger 1997-2005 Europapokal der Pokalsieger 1998-99 UEFA Supercup 1996 Italienischer Pokalsieger 2004-05 Individuelle Erfolge Ehrungen bester Spieler der Serie A-Lautspielerverband 1998-99 Bester italienischer Spieler der Serie A-Lautspielerverband 1998-99 2001-02 Gerendoro 2002 Torschützenkönig der spanischen Primera Division 1997-98 Torschützenkönig der italienischen Serie A-2002-03 Silberner Schuh bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 FIFA 100 Goldene Mülltonne 2005 Dagellner Schuh bei der Fußball-Weltmeisterschaft Tourismus Dagellner Schuh bei der Fußball-Weltmeisterschaft